wir sind champions naja klar bin ich der champion du brauchst nicht champion und damit willkommen zu einer weiter runde apex und schutzhagen ab geht er peter der lappen ist champion obwohl wir die freaks waren was ein penner selbst wenn wir ihn nicht da gehabt hätten wärmer jetzt champion team eine millionen kilometer weit hinten und ich habe gepinkt ich habe gepinkt zu spät ich will da auch nicht mehr hin dass ein zwei teams sind da oben sollen sie kommen ich habe eine eva bis jetzt ich habe eine triple take on the spitfire oh ja noch nichts rucksack mäßiges gefunden hallo jetzt wie schon körper schild ach scheiße das hat nicht geklappt was ich wollte hier sind auf jeden fall steps bei uns nein das bist nicht du ich bin unter tier nein die steps kamen von warnost jetzt wird hier einer gelandet nein das war ich hier oben wie komme ich denn jetzt da hoch weiß ich nicht ich bin auch nur mit still bleiben hoch gekommen klar log den mal raus da drin 46 schaden 3 x 24 mein freund assist wenigstens jetzt haben sie uns aber gesehen das ist egal geht ins haus los kurz looten was da noch drin ist gut nix drin rein da selbst hier drinnen da habe ich noch nicht ganz da verdammt klar kannst du den letzten hit machen rechts von uns ich habe auch kein medikit oder sowas ich brauche ich noch ein sniper visier wenn du noch eins irgendwie aufgesammelt hast benutzen wir bitte ich brauche noch eine für snipe ich habe eindeutig die moni die ich für mein mg haben will habe ich für meine sniper man ich habe ein blaues okay jetzt bin ich verwurten ich brauche auf jeden fall schwere wenn du irgendwas übrig hast ah schade ich mache jetzt mobbing wieder 3000 was kommt rein ihr seht mich nicht hochklopst du da keine sau warte mal ich könnte noch mobbing mäßiger machen wenn das jetzt geht das fenster hängen oder was ja so in die ecken rein oder so wenn man jetzt hier drinnen bleiben oder noch ein bisschen looten ich müsste dezent mal kacken gehen junge ja mach doch nein schalte ich nicht schon ab töten na können wir noch voluten gehen was steht ja eigentlich vom haus rum ist der afk hat er gezogen es dauert ewigkeiten wenn die gezogenen ohne es lebt ich lebe noch jetzt hör auf die scheiden alter ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet hier ist eine seilrutsche wie gesagt er macht jetzt nix ich habe ihn geboxt ich stehe jetzt raus ich muss verpisse dich äh warte mal hier kam gerade einer ja habe es gehört ja den ja den hä hä da unten das war gerade ja pure verwirrung alter was war das jetzt also was war das bis jetzt für eine runde ist eine drohne nur so eine ballon den unterschied hörst du ach so er kommt rein und dann weg also ich habe nur die leiche hier liegen sehen aber piss dich jetzt so eine dully runde hatte ich auch noch nie ach so ich töte ihn jetzt einfach wenn er stehen bleibt und dann lasse ich ihn liegen ich lasse ihn so liegen bitte bleib stehen bitte bleib einfach nur stehen bitte bleib einfach nur stehen ich lasse ihn so liegen alter blöder benner jetzt hätte ich ihn reinschießen müssen glaub mir doch nicht alles wo geht es hin noch da ja wir müssen weiter ne wir gehen da hin Link ist schöner ok weil die Hälfte stattdessen ist hier nicht gelootet alter warte mal geh mal hier noch in das Haus ups da unten ist ein Scope da hinten läuft einer da hinten läuft einer geh noch eins hoch hab ihn da ist noch einer drinne der ist oben drauf verdammt 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 ja ich probier's der hat ein bisschen was gegessen bin wieder da bin wieder da wenn du zweimal da oben drückst dann sagt der Schildzelle automatisch ok wusste ich noch gar nicht wo sind sie ach der kommt mit Sprungpad zu uns mach ihn gleich mach ihn gleich ja Folien mach das und dann machst du Slipline hinterm Haus dass die das nicht sehen hab ich schon noch da oben ich kann nicht nur einer meine und dann ja gut der hat eh GBZ gemacht ich kann keine Slipline machen naja hier geh du musst sie benutzen ups falsche Richtung einfach laufen einfach laufen benutzen und laufen die müssen zu uns kommen nicht wie zu denen hast du eine Sniper eine ordentliche? ein Longbow gut let's go ich kann gleich wieder eine Slipline machen aber das ja nein du gehst hier rein ich beobachte noch fix das geschehen da unten ja so ich guck in die andere Richtung das hat er perfekt gesetzt das hat er perfekt gesetzt nein 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 du gehst du gehst du gehst du gehst du gehst boah von vorne kommen welche ja bin im Haus er hat 3x24 gegessen das sind zwei Squads ja ist mir egal den habe ich genockt und er wird auch wiederbelebt gerade instant ich mache schnell Heilung naja ich muss kurz äh ja Schild das was ich noch habe ja da hinten ist noch oh wo ist er? bleib mal bitte stehen und wackel nicht so viel sorry ich bin hier sorry mach deine Schilder hab ich ich hab nichts mehr achso dann sag doch was hier das ist so ein geiler Trick mit dem noch zwei mal nach oben gucken komm mit ja warte jetzt gehen wir zu ihm kannst du Slipline da hoch machen? ja machst du das bitte mal? klar dem Moment wo ich dran will gehst du dran? komm du snipest ihn jetzt man er hat nochmal 36er Hit da ist noch ein Squat einer ist tot 58er Hit bisschen hinterm Berg jetzt da kommt eine Drohne mach die mal kaputt wo ist sie denn? hinter uns da die ist bei mir irgendwie gerade ein bisschen naja geil die sind jetzt wieder hier im Haus verdammt bin runter gefallen beziehungsweise habe ich Slipline benutzt achso ich wollte nachladen und dabei habe ich Slipline benutzt ach wir müssen wohin? kannst du eine Slipline nach dort setzen? nein ich habe keine dann müssen wir hier hinten mit der Slipline oder wir gehen einfach unten rum ja die unten sind noch 3 Kisten die kannst du aufmachen ja die unten sind noch 3 Kisten die kannst du aufmachen na gut er macht sie auf sind jetzt hier hoch oder was? ja aber ich kriege aufs Maul von oben geh einfach hoch geh einfach hoch geh einfach hoch und dann weiter rennen da drüben ist auch noch einer aufs Dach über uns sind jetzt auch welche glaube ich ich renne ihm gerade hinterher gell jetzt bin ich bei dir jetzt bin ich bei dir ja ich mach kurz nochmal Schilde ich gönne meinen Schild in deine Aufladung ich hab ja auch mal mal bei bei mit bei 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 Das tut weh, bin down. Kannst du zu mir kommen, oder? Gerade nicht, weil der Gegner wird... Also noch zwei Squats da, gell? Ganz ruhig. Schild ist aktiv. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Medikits hab. Nee, ich hab gar nichts. Oder hier? Pickst du was für mich? Wie gesagt, ich hab keine Schilder mehr, gell? Ja. Siehst du wen? Bleib hier sitzen. Nee, oben auf dem Dach wieder. Bleib sitzen, nicht, dass du jetzt Image kriegst. Ja, ja, bleib. Da links kommen auch noch Schüsse her. Alter, wir müssen laufen. Kannst du eine Slipline nach vorne setzen, irgendwie? Wohin? So Richtung Zone einfach. Aua. Willst du? Boah, ich bin sofort tot, gell? Ich brauch einen Hit. Na, dann kommst du jetzt schnell hier hin. Äh, ja. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Ja, die haben jetzt einen Zuhundvorteil, oder? Ja, oben auf dem Berg. Ja, das war's. Ich bin raus. Ja, gut. Äh, ich guck euch wieder zu. Ja. Ja, wartet halt, der ist am Arsch. Da ist der hässliche Penner, ey. Ich konnte euch nicht mehr zugucken. Wie gesagt, wir haben jetzt mit dem Team viel zu lange gebraucht. Aber es war eine echt lustige Runde, gell? Es wird sagen, die lustige Runde kann man auch schön für euch zusammenschneiden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ein Abo. Und ein Abo. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solche Sachen mache, dann teilt es doch gerne. Die Videos, da würde ich mich mega drüber freuen. Vielen Dank dafür schon mal. Und Tschüss.